Herzlich Willkommen zur nächsten Folge unserer Landwirtschaft. Es gibt einen Spruch, im Herbst Eile, im Frühjahr Weile. Und es gibt aber auch noch einen anderen Spruch, vor allen Dingen bei der Rapsaussaat. Saatbeet geht vor, Saatzeit. Und deswegen mache ich heute dieses Video, weil viele überlegen, wann fange ich an nach diesen feuchten Witterungen. Heute ist der 2. September, wann fange ich an nach diesen intensiven Niederschlägen mit Bodenbearbeitung. Und natürlich, wie ihr alle wisst, ist so eine Spatenprobe eigentlich das Beste, um das zu testen. Ich habe hier drüben auch schon mal einen Bodenblock rausgestochen mit einem Spaten und habe den auf die Erde geschmissen, um zu gucken, ob er krümelt. Das gleiche kann ich jetzt auch nochmal machen. Es bricht zwar ein bisschen was ab, aber ihr seht, eigentlich der Bodenblock bleibt noch relativ kompakt. Und das ist für mich einfach auch ein Zeichen, dass der Boden noch nicht genug krümelt, wenn ich den bearbeite. Ihr seht, das ist hier eine unbearbeitete Stoppel. Also die Kapillaren waren hier auch noch erhalten, um das Bodenwasser abzuleiten. Also an sich ein idealer Fall, um schnellstmöglich dann hier auch Bodenbearbeitung zu machen. Aber insgesamt sehen wir einfach, der Boden ist sehr, sehr wassergesättigt. Und das, denke ich, trifft auf viele Stellen auch zu. Natürlich kann man solche Böden auch pflügen und dann einfach warten, bis sie abtrocknen. Aber letztendlich habe ich natürlich die Knete auch nach unten reingedreht. Das ist sicherlich erstmal einen schönen Rapsaufgang, aber ob der Raps dann nächstes Jahr die höchsten Erträge bringt, ist die andere Frage. Also aus der Sicht ganz klar meine Meinung, lieber warten. Lieber nochmal einen Tag zusätzlich warten, weil wir das zu zeitig bearbeitete, nass bearbeitete, bei jedem weiteren Arbeitsschritt sehen, dass das einfach zu zeitig war. Und dann sicherlich auch in den Beständen sehen, in der Bestandsentwicklung. Guckt euch, wenn ihr solche Spatenproben macht, die schlechten Stellen an, nie auf den Sand gehen, sondern dort wirklich, wo man weiß, okay, hier ist schwerer Boden, weil ihr seid ja ruckzuck dann auch ran mit der Bodenbearbeitung. Fangt vielleicht auf den leichten Sand an und dann kommt ihr auf den schweren Leben und merkt, Schande, hier geht es doch noch nie so gut. Und fährt dann vielleicht weiter und dann ist das Arbeitsergebnis schlecht. Also aus meiner Sicht lieber noch einen Tag warten. Ich weiß, es gibt auch noch Betriebe, die haben auch noch eine Woche Raps zu drillen. Aber auch da, wenn ich möglicherweise morgen oder am Samstag anfange mit Bodenbearbeitung, kann ich durchaus dann am Montag anfangen mit drillen und werde dann eben immer noch so am 10.12. September fertig mit Raps drillen. Das Wetter bleibt relativ stabil. Es wird auch relativ warm, sodass die Böden jetzt auch noch gut abtrocknen werden. Aber der Tag, den ich zurzeitlich anfange, den sehe ich einfach ewig und das kriege ich auch nicht mehr weg. Deshalb ganz klar die Meinung, wartet lieber ab einen Moment. Lieber einen Tag länger warten am Anfang und auch in der Nacht aus meiner Sicht nicht unbedingt bearbeiten, weil wir haben in diesen Herbstnächten jetzt schon relativ viel Tau. Das sieht man einfach auch, dass es an der Maschine anklebt und dann einfach auch nicht mehr so gut krümelt. Also auch da lieber eher warten. Und dann, aus meiner Sicht, kann man durchaus bis zum 10. oder 12. September sehr gut einen Raps drillen. Haben wir letztes Jahr auch gemacht, eine Fläche umgebrochen und auch nochmal nachgedrillt. Also bis zum 10. oder 12. September ist das fast ohne Ertragsverluste möglich. Und ja, wenn ich unter Scheißbedingungen den Raps dort reinbringe, werde ich auch Ertragsverluste haben. Und zweiter Punkt, wenn ich den Raps so spät gedrillt habe, kann ich den natürlich auch mit Wachstumsregeln entweder gleich wieder über die Mütze ziehen oder ich kann es vielleicht auch lassen. Also aus meiner Sicht gehört jetzt kein Klamourzone unbedingt mehr mit rein, sondern aus meiner Sicht könnte man hier mit Bodhisan Kombi im Nachauflauf was machen und dann im Nachauflauf auch Runway hinterherziehen und kriegt dann trotzdem sehr saubere Bestände hin mit deutlich weniger Beeinflussung von dem Raps. Und natürlich sollte ich solche spät gedrillten Raps auch nie gleich mit Wachstumsregeln behandeln. Möglicherweise, je nach Herbstwitterung und FOMA-Lage, auch gar keine Herbstbehandlung machen, weil die dann sechs Blätter haben werden, acht Blätter haben werden und keine Regulierung brauchen. Und möglicherweise, wenn kein FOMA-Wetter kommt, auch natürlich keine FOMA-Bekämpfung brauchen. Das ist meine Sicht zum Boden. Also guckt euch den Boden an. Ihr seht hier, ich kriege den im Grunde auch noch nie auseinander. Klar ist das die Schmierstelle, wo ich mit dem Spaten lang bin, aber das hat mit Krümeln noch nichts zu tun. Das heißt, das Einzige, was hier wirklich geht, ist Flügen. In dem Kompromiss, dass ich natürlich das Nasse auch nach unten eindrehe. Und deshalb, gebt der Sache lieber noch einen Tag Zeit und fahrt dann unter doch besseren Bedingungen. Es wird ja nun warm und Sonneneinstrahlung kommt, sodass in dem Tag auch wirklich hier schon was passiert. Nutzt vielleicht Zeiger wie Drainagen oder Feuchtestellen, die man einfach mal begutachtet mit dem Spaten und dann entscheidet, aber eben nie zu zeitig losfährt. Also, macht's gut, frohes Schaffen, bis zum nächsten Mal, euer Stefan.